Ach, das ist Axt. Ja, nein, ich filme in diese Richtung. Ah, du filmst in deiner Richtung? Ja, genau. Okay, gut. So, jetzt schauen wir mal, ob schon wer zuschaut. Ich glaube, du kannst jetzt mal versuchen zu verlinken, Marc. Hallo. Ich hoffe, es folgt dann schon wer. Ich sehe es noch nicht. Ich glaube, aber wir sind schon online. Hier ist Marc. Hallo. Wir drehen heute eine neue Folge von Andi kocht und zwar bei Marc zu Hause in der Küche. Wir kochen heute was luxemburgerisches, aber auch belgisch. Der Marc tut jetzt noch das Teilen auf seinem Facebook, damit man auch in ganz Luxemburg uns folgen kann. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn ihr Fragen habt, immer gleich rein posten. Marc, vielleicht mache ich mal noch eine Vorstellung. Marc Angel, hier neben mir, hat eine wunderschöne Schürze, nämlich die Andi kocht Schürze. So geht das dann. Und ein Kochlöffel von Andi kocht. Und jetzt fragt ihr euch, der Marc ist Luxemburger, ist Abgeordneter zum Europäischen Parlament aus Luxemburg. Wie viele Luxemburger Abgeordneter? Sechs. Wir haben sechs. Und einen Sozialdemokraten davon? Leider nur einen davon. Ja, also die Luxemburger Zuschauer bitte nächstes Mal schauen, dass es zwei sind. Und Marc spricht perfekt Deutsch. Da werden wir noch später drüber reden, weil er hat in Wien eigentlich studiert. Er spricht perfekt Französisch, perfekt Letzeburgerisch, perfekt Spanisch, perfekt Englisch und Holländisch. Ja. Also und unperfekt Tschechisch. Das ist eigentlich sehr viel, aber wir werden heute über Politik reden und über das Kochen. Ich werde jetzt dann das umdrehen und übergeben, weil wir haben natürlich eine Regieassistenz. Ich freue mich, dass ihr alle zuschaut. Achso, wir bauen jetzt noch das WLAN, aber ich filme mal hier. Ja, hier, warte. Hier, hier ist das, ja, der Kasten ist ja in der Hand. So, also damit wir uns mal auskennen, hier kocht der Chicory. Damit ihr es jetzt mal seht. Das ist Chicory. Hier wird die Bechamel-Soße gemacht. Und hier kommt die Antennen bzw. eigentlich Tiroler Schinken dazu. Und was sehr wichtig ist, Andy, darf ich was sagen? Ja, ich drehe mal wieder um, die kann man jetzt mal sehen. Was sehr wichtig ist, wenn du das Chicory nimmst, du musst das unten aufschneiden. Ja, jetzt zeigen wir das her, warte mal. Ja, und dann hier ein bisschen so etwas rausschneiden, weil da ist dieser ganz bittere Teil und man will ja nicht, dass das zu bitter nachher schmeckt. Und dann nimmt man das raus und dann ins kochende Wasser reingeben und dann 20 Minuten kochen. Den Chicory haben wir, wie die Profiköche ja schon vorher zugestellt. Aber, also ihr habt es jetzt gesehen, das Bittere raus, weil es dann schmeckt so bitter. Das Problem ist, ich kann natürlich jetzt wenig weiter kochen. Und wir haben ein Kamerakind auch hier. Du kannst aber schon die Bechamel-Soße anrichten. Ja, wir fangen damit an. Ich schütte die Chicory ab, die sind nämlich jetzt 20 Minuten gekocht. Okay, vielleicht machen wir das noch, das werden wir jetzt noch mal kurz hier... Warte, da muss ich die Stille... Wie heißt das auf Deutsch? Ein Sieb? Sieb, ja. Genau. Ich piek's aber zuerst einmal rein, zu schalen und die... Ja, ich drehe mal in die andere Richtung, so. Ja, die sind gut. Die sind mehr als gut. Die sind schon zu... So. Jetzt wird die abgeschüttet. Ja. Die sind natürlich jetzt mega heiß. Ja. Da muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Und die legen wir jetzt auf ein Brett. Zum Glück habe ich ja den Löffel von Andy. Gib mir mal einen auch. Ja. Bitte. Jetzt nehmen wir die raus. Jetzt drücken wir so drauf, dann kommt noch ein bisschen Wasser raus. Das ist auch sehr wichtig. Sonst wird das zu wässrig nachher, ne? Da muss man schön so das Wasser raus drücken. So. Achso, damit es nicht so quatschig geht. Ja, sonst sind die sehr... Sonst wird die Bechamelsoße rein, ja? Da geht dieses ganze Wasser in die Bechamelsoße rein. So. Also es gibt schon eine Frage. Ja. Nämlich, was wird das? Das wird ein Gratin, ein französisches Gratin de Chicorée. Also, wir werden jetzt diese Chicorée, auf deutsch heißt das ja Chicorée. Die haben wir gekocht 20 Minuten in ein bisschen Salzwasser. Und jetzt werde ich die hier umwickeln mit Schinken, mit gekochten Schinken. Aber ich finde, ich mache immer noch eine Scheibe Tiroler Schinken dazu oder so einen hohen Schinken dazu. Da kriegt das nämlich mehr Geschmack. Das werdet ihr nachher sehen. Aber wichtig, wie gesagt, ist, dass wir hier das ganze Wasser raus drücken. Und dann können wir, lassen wir die 2 Minuten abkühlen, weil sonst verbrennen wir, wie gesagt, die Finger. Und dann wickeln wir den Schinken da herum. Aber Andy, du kannst schon mal mit der Bechamelso sagen. Ja, was machen wir denn? Wir nehmen da eine Butter. Butter. Und da geben wir ein bisschen Mehl rein. Und dann Milch und Rahm und rühren das auf. Und so mit Schmelzen. Schmelzen an die Butter. Wo ist die Butter denn her? Hier. Ach, das ist früher einfach, wenn man nur so rumgedreht hat. So, sieben dann da oben. Kochlöffel. Kochlöffel. Mehl. Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Das Mehl hast du da. Das kommt erst, wenn die Butter... Hier habe ich Salz, hier habe ich Pfeffer. Ja. Und was sehr wichtig ist, wie gesagt, die Muskatnuss, damit diese Bechamelsoße etwas Geschmack bekommt. Jetzt mal zu dir. Du bist... Du warst früher im Luxemburger Parlament? Ja, 16 Jahre lang war ich National. Irgendwann bei euch wird das Nationalrat, also im Luxemburger Parlament Mitglied. Ja. Aber er ist eigentlich Wiener. Nein, ich habe in Wien studiert. Das war ganz... Meine schönsten Jahre waren in Wien. Und ich glaube, ich bin eigentlich auch so sehr... Ich bin eigentlich auch Sozialdemokrat geworden, weil das rote Wien hat abgefärbt. Das war damals... Da war Kanzler Kreisky und Wranitzky und dann der Helmut Zilk. Das war so... Irgendwie hat das mich schon beeindruckt. Bürgermeister Zilk. Ja, das hat mich schon beeindruckt. Und ja, Wien hat... Das waren meine schönsten Jahre. Ich war Student. Ich habe im 15. Bezirk gewohnt. In der Fenzelgasse. Und dann später, noch ein Jahr her... 15. Bezirk? Das ist ja an der Grenze. Zum 14. Und 14. ist ja meine politische Heimat. Ja, das war hier... Ich habe an der Ecke gewohnt, Fenzelgasse-Johnstraße. Das war ein Eckhaus. Ja? Da habe ich gewohnt. Noch ohne U3 damals? Nein, die U3 gab es nicht. Wir sind dann mit der Straßenbahn in der Linzer Straße. Ja, 52, ja. Da haben wir die Richtung Westbahnhof, wenn wir gestattet waren sind. Das war... Das war eine schöne Erinnerung. Wir haben die Butter geschmolzen. Ja. Ich setze das jetzt... Das ist ein bisschen schnell. Geht das jetzt? Jetzt machen wir das mal... Die... Die brauchen wir jetzt einen... Oder? Ja. Jetzt gibst du die Rahm. 200 Milliliter Rahm. Rühr das Mehl ein bisschen so rein. Langsam reinrühren, ja. Sonst kriegen wir eine kleine... Ja, schön. Ich gebe dir die Rahm dazu. So. Und dann... Ich glaube, es ist... Es ist Ober... Man weiß ja nie so genau... Diese Begriffe... Ich finde, es ist nicht so leicht hier immer. Was ist Oberst? Was ist Rahm? Ja. Was ist Schlag Oberst hier? Schlag Oberst ist Crème Chantilly auf Französisch. Ja. Ich habe immer geglaubt, ja bis heute, das ist Schlag Oberst hier. Das ist Chiquere eigentlich ein französisches Wort. Also Chiquere. Nein, nein, nein. Chiquon. Und jetzt kommst du da mit deinem Chiquon, ja? Ja, Chiquon heisst das. Chiquon Platiné. Auf Belgisch Französisch auch egal. Das kann ich nur sagen. So. Die Béchamelle. Würzen. Darf ihr eigentlich? Ja, ja. Alles läuft, oder? Ein bisschen als Chef de Cuisine. Ihr mag es ja scharf in Wien, denke ich mir. Nein. Ein bisschen scharf in Wien. Ja. So. Ein bisschen Salz. Ja. Aber nicht zu viel, weil im Käse, der Käse ist ja auch salzig und auch der Schinken, also nicht zu viel Salz, aber sehr wichtig. Der Marc hat übrigens extra Tiroler Schinken. Ja, damit wir, ich mag ja so Fusion, deshalb habe ich Tiroler Schinken gekauft. Deswegen Größe an den Schorchstorn. Ja, dann haben wir, ich mache diese Mischung. So, Muscatnuss, sehr wichtig. Kennst du diesen Film von Louis de Finet, Muscatnuss? Ja, ja. Das erinnere mich jetzt an diese Szene mit Louis de Finet. Ja, 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 ja. Uff. Das ist eine große Öffnung da. Aber gut. Aber ich glaube, die jungen Zuschauer kennen Louis de Finet gar nicht mehr. Ja, leider. Da gibt es eigentlich in Brüssel jetzt eine Ausstellung über Louis de Finet. Sagt man die Finet oder die Finet? Louis de Finet, ja. So sagen wir es in Luxemburg. Ja, wir auch. Und der hat doch diesen Film, also ihr könnt mal googeln, Louis de Finet, Muscatnuss. Dann zieht ihr diese Szene, die ist ganz toll. So. Wie kommst du voran? Gut. Jetzt rühren, rühren, rühren. Es geht voran, es geht voran. Du musst hier auf die Dings stellen, wo es warm ist. Warte, wir müssen das mal wieder warm machen. Es geht voran. So. Ups. Ich komm da nicht. Ich mach da raus. Ja, ja. So. Ich mach schon den Ofen auch. Vorheizen, das ist auch sehr wichtig. Auf 200 Grad, schnell bitte. Oder 108, ja. 200 Grad. So. Und jetzt gehen wir schon 100 Gramm Emmentaler oder Gruyere. Also das ist hier. Unsere Zuschauerin, Andrea Kalchbrenner. Hallo Andrea übrigens. Ja. Ehemalige Bezirkschefin vom 14. Bezirk. Ja. Verstehe? Ich schau zu, die kennen die Szene mit Lübelefnis. Ja. Gut. Du darfst rühren, ich schütte das rein. Okay? So. Dieser Gruyere ist aus Emmental. Ja. So. Und dann noch ein bisschen Milch dazu. Ja. So. So. Wieder Französisch. So. So. Komm. Der Käse muss schmelzen. Ja. Hopp. Hopp. Aber das ist schon richtig dickflüssig. Das ist gut. Das muss so ein bisschen. So. Und ich fange dann schon mal an, hier. Hier. Eine feuerfeste Schüssel braten. Da vielleicht so. Bisschen Butter rein geben. Das mit Butter reinschmieren, damit das alles nachher nicht klebt. Und jetzt für die, die zuschauen, wir haben uns natürlich nicht nur die Hände gewaschen, sondern wir sind auch Covid-gebettet. Ja. Alle negativ und geimpft. Und geboostert. Dreimal. Und geboostert. Also bitte macht es das auch für die, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. So. Es teilt sich aus. Was jetzt wichtig ist, jetzt nehmen wir den Schimpel und ein Schimpon und wir nehmen zuerst, wie gesagt, das ist jetzt meine Erfindung. Ein bisschen Tiroler Schimpenspeck, damit das ein bisschen herziger wird. Den wickeln wir herum und dann den gekochten Schinken und geben das in die feuerfeste Schüssel rein. Okay? Oh. Du kümmerst dich um die... Bischemel. 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 Und ich mache das hier. So. Upsa. Jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte. Ja. Ich habe dir erzählt, dass ich in Wien studiert habe. Und damals, das waren die 80ern, da war es sehr schwer den Schikon zu finden. Und ich habe mit zwei Luxemburgerinnen zusammen gelebt in einer WG. Und haben dann zusammen gekocht und im Winter ist es sehr typisch bei uns gewesen, dieses Schikon, diese Gratin, Chicorée, Gratin mit Schinken. Und wir haben keine Chicorée gefunden. Wir haben keine Chicorée gefunden. Damals wurde die bezahlbar. Als Studenten hatten wir nicht so viel Geld. Und dann haben wir das gleiche Rezept mit Bananen gemacht. Und ich werde heute zur Erinnerung, das habe ich jetzt 30 Jahre nicht mehr gegessen, werde ich auch eine Banane nehmen. Nehmen wir nachher eine Banane dazu. Und dann schauen wir, wie das schmeckt. Das ist auch ein interessanter Geschmack. Aber mit Schinken? Das grauselt euch wahrscheinlich jetzt. Auch mit Schinken, das machen wir jetzt, wie wenn es... Ah, kalt dazu! Wir machen das in separaten, aber mit derselben Soße genau gleich, machen wir dasselbe noch auch nachher mit einem Banane. Aber jetzt mache ich mal zuerst und ich gehe da hier fertig. Man muss aber sagen, Chicorée oder Chicong, wie es auf Franzose sagt. Chicorée ist auf Sanktdeutsch, ja. Anscheinend. Das ist ja hier ein sehr billiges Gemüse. Gibt es in jedem Supermarkt dauernd, in rauen Mengen. Lauf und Chicorée gibt es hier dauernd. Sehr beliebt. Ihr fragt sich vielleicht auch, weil wir haben hier ein Glas stehen. Reden wir mal dazu auch. Das ist nicht Champagner, sondern wie man sagt, Cremant. Warte, ich schütte mal. Und den haben wir von Marc. Das ist jetzt nämlich aus... Schengen. Aus Schengen. Quasi Sprudelwein. Luxemburgers Sprudelwein. Ja. Und früher durften wir das noch Champagner-Methoden nennen. Aber der Name ist jetzt nur für Champagner reserviert. Aber die Methode ist gleich, wir machen das auf dieselbe Art und Weise wie in der Champagne. Und Luxemburg ist 200 Kilometer Luftklima von der Champagne. Auch nur. Luxemburg ist 300 Kilometer von überall. Ja. Wir haben einen sehr ähnlichen Boden wie die Champagne. Klima ist sehr ähnlich. Und auch die Methode mit diesen Rüttelpulten, wo die Flaschen so gerüttelt werden. Und dann hat die EU einen neuen Namen erfunden für die Schaumweiner aus Luxemburg, aus Alslas und aus der Burgoyne, die nach derselben Methode gemacht werden wie in der Champagne. Champagner haben die das Cremant genannt. Und der Vorteil ist, es schmeckt genauso lecker wie Champagner und ist viel günstiger. Cheers! Salut! So, hier noch eine Frage. Ich spiele ja nicht Koch, wir kochen heute wirklich, aber natürlich ist Politik auch ein Thema. Du bist im Europaparlament seit 2019. Ja. Warst davor eben im Luxemburger Parlament. Was sind deine Themen hier im Europaparlament? Vielleicht mal. Ja, ich habe hier im Europaparlament mein Hauptausschuss ist der Beschäftigungsausschuss und Soziales. Der Luxemburger Kommissar ist ja auch für Beschäftigung von meiner Partei ein Sozialdemokrat. Wenn jetzt wer weiß, wie er heißt, bitte mal Nicola. Nicola Schmidt. Nicola Schmidt, ja. Und ich habe mit Nicola Schmidt die Wahlkampagne gemacht. Er war ja auch gewählt und ich bin ja danach gerückt, als er Kommissar wurde, EU-Kommissar wurde. Und wir haben zusammen gekämpft für ein sozialeres Europa. Und ich bin sehr stolz, dass er dieses Portfolio jetzt hat in der Kommission. Und ich glaube, er hat ja schon vieles aufgestellt. Er macht, ganz wichtig gesagt, den europäischen Mindestlohn. Genau, europäischen Mindestlohn. Und er hat diesen europäischen Pfeiler, die europäische Säule der sozialen Rechte, hat er einen Aktionsplan gemacht. Er kommt jetzt, er hat einen Aktionsplan für Social Economy gemacht. Er ist wirklich super aktiv. Und ich bin sehr, eigentlich sehr stolz, dass ich dann mit dem Ausschuss bin, mit dem wir mit Nicola zusammenarbeiten. Mein anderer Ausschuss ist, ich bin auch sehr aktiv im Imko. Das ist der Binnenmarktausschuss, aber auch für Konsumentenrechte. Und ich finde, als Sozialdemokraten, wir sind da sehr aktiv, meine Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, wenn es um die Konsumentenrechte geht. Ist es Konsumentenrechte? Und das ist, finde ich, auch ein sehr sozialdemokratisches Thema. Und dann bin ich noch im Petitionsausschuss. Das ist ja nicht der Ausschuss, der sehr nah an den Bürgern ist, wo die Bürger Petitionen einreichen können, wo wir die Petenten einladen in den Ausschuss. Jetzt natürlich online wegen Covid, aber wo man dann wirklich sehr nah am Bürger dran ist. Und das ist, das macht mir auch sehr viel Spass. Und ich war auch schon in Luxemburg im Nationalen Petitionsausschuss. Und da bin ich sehr gern drin. Und dann bin ich noch im ECO, das ist für Wirtschaftsfragen. Das ist auch ein interessanter Ausschuss, ja. Da ist jetzt, ich meine, Sie habe mich gar nicht vorher gefragt, wie du dazu stehst, das ist vielleicht dünnig heiß, aber da gibt es jetzt gerade diese große Diskussion über Taxonomie und Atomkraft. Da sind wir ja, da ist ja Österreich und Luxemburg sehr alliiert, auch mit den Deutschen. Wir haben erstens kein Atomkraftwerk. Wir hatten auch Pläne in den 70ern und das wurde abgelehnt, zum Glück. Und wir haben natürlich Pech, die Franzosen haben uns eines an die Grenze gebaut. 500 Meter hinter der Grenze steht einer der größten französischen Atomkraftwerke. Wir haben Kanz in Luxemburg. Und wir wollen auch nicht, dass in der Taxonomie Atomenergie und auch Gas als sustainable, also wie sagt man das? Nachhaltig. Das ist komisch, oder? Ja, und was Leute nicht verstehen und was ich glaube wichtig ist, dass wir das erklären, das heißt nicht, dass jetzt in der Transition, wir möchten ja diese Pariser Ziele erreichen, vom Klimaschutz und weniger CO2-Ausschüsse. Das heißt jetzt nicht, dass man in der Transitionsphase überhaupt keine Atomenergie benutzen darf, oder überhaupt keinen Gas, aber man darf das nicht in die Taxonomie reinnehmen, man darf nicht diesen Stempel Nachhaltigkeit aufdrücken. Weil die Taxonomie ist ja quasi genau ein Stempel CO2 und wir wollen nicht, dass Leute investieren und dann nicht auf einmal investieren sie in den Atomkraft. Ja, also das soll noch gebraucht werden in der Transition, so wenig wie möglich. Aber man soll das nicht in diese Taxonomie reinnehmen, wie gesagt, diesen Stempel von Nachhaltigkeit. Weil wir würden den Green Deal verwässern, wir würden das Wort Nachhaltigkeit vergewaltigen, wenn wir das zulassen würden. Und die Luxemburg-Regierung ist bereit, sehr weit zu gehen, auch bis zum Europäischen Gerichtshof. Ich muss sagen, es ist ja auch gemischte Regierung, diese Konservativ-Lingerheit. Nein, wir haben eine, wie in Deutschland eine Ampelkoalition, wir haben die Konservativen abgelöst 2013. Wir haben das gemacht, was Holland und Belgien schon vor Jahren gemacht hat. Das ist eine Koalition der Mitte, eine Koalition der Mitt-Links mit den liberalen Sozialdemokraten und Grünen. Der Regierungschef ist liberal. Der Regierungschef ist liberal, ja. Das war damals die Kondition, wir hatten eigentlich mehr Stimmen, aber haben dann, die waren zweite Partei, jetzt sind die erste Partei, aber jetzt in den Umfragen sind wir wieder die ersten. Und Feuerstar ist der Außenminister? Jean Asselborn, der seit 2004 dies ältester EU-Luxeminister ist. Und sehr, ich liebe ihn. Manchmal hat er mit Bundeskanzler kurz angelegt. Ja, auch dafür liebe ich ihn. Aber auch, weil er sehr ausprobig ist und ich hasse nichts mehr, als wenn man herumdrückt und er sagt, was sagt er. Er ist sehr direkt, er ist sehr direkt. Er ist ja noch bekannter geworden, als er Salvini in einem Rat mit Alain gesagt hat, jetzt reicht es mir. Ja, das ist in Luxemburg die Regierung seit 2013 und wir haben die nächsten Parlamentswahlen im Jahr. Ein Jahr vor unserer Oberraten, 2023, also nächstes Jahr im Herbst gemacht werden, ja. So, kann man das mal erklären, vielleicht zur Küche in Luxemburg, weil natürlich Luxemburg ist ein kleines Land, aber schon eine Urform der europäischen Integration war ja Benelux, die Kooperation von Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und nachdem sie den Scherz, den wir sie erst gemacht haben, ja sehr nahe an Brüssel ist, sehr nahe an Frankreich ist, sehr nahe an Deutschland ist. Wenn ich jetzt Scherz machen würde, würde ich sagen, heute ist die Luxemburger Küche, würde ich sagen, französische Qualität und deutsche Quantität. Also wir haben große Teller voll mit guten Sachen. Aber ursprünglich, die typische Luxemburger Küche ist eine, wir waren ja ein sehr armer Bauernstadt und es ist eine sehr deftige Küche mit viel Schweinefleisch und auch Kraut oder Linsensuppen. Und das ist ja eigentlich auch ein Bauernes, nicht? Ja, das ist auch so. Weil Chico ist ein Gemüse, das hält sich den ganzen Winter, das kann man in den Keller legen. Es ist eigentlich sehr saisonal. Also wir könnten eigentlich nicht saisonaler sein. Und ich finde auch heute... Wir waren ja einkaufen gemeinsam. Ja. Wir haben geschaut auf saisonalität und ökologisch. Ja. Außer wir haben keine Milch. In dem Geschäft, wo wir waren, haben wir keine Milch im Keller. Wir mussten Milch und Plastik kaufen. Leider. Aber da wird die EU ja auch aktiv und das wird es ja auch bald nicht mehr. Das machen wir die letzten... Die halte ich für die Banane. Ach so. Wenn ich einen anderen warte. Ja. Oder den Chicory? Den... Ja. Den... 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 Den esse ich nach. Den essen wir so. Den essen wir so. Können wir mal kosten. So. Die ist ja bei uns gar nicht so verteidigert, gell? Es gibt ja auch jetzt diese roten Chicory, die Radiccio Chicory, die sind... Kennst du die Giovanna Campanella? Ja, das ist eine Freundin. Ja, die schauen uns zu. Ciao, Bella. Das ist eine gute Freundin von mir. Hallo. Hey, Giovanna. Ja, der schmeckt lecker. Ja. Die Giovanna kann das da auch kochen. Aber die Giovanna, wir haben ja in Luxemburg, die Giovanna hat italienische Vorfahren. Luxemburg ist eigentlich sehr gemischt, deshalb haben wir auch sehr viele italienische Restaurants und italienischen Einflüsse in unserer Küche. Weil wir haben Einwanderung von Italienern seit über 100 Jahren, alle super integriert und wir lieben Italien als Luxemburger. Und deshalb... Wer liebt Italien nicht? Ja, genau. Hey, Giovanna. Ciao, Bella. Muss man aber ganz ehrlich sagen. So, gehst du mir ein bisschen Butter hier rein, dann machen wir die Banane da rein. Siehst du, jetzt mache ich genau das... Ich glaube, die Giovanna wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschleien, aber... das ist jetzt ein verrücktes Experiment aus den 80er Jahren irgendwie, aus einer Studenten-WG, einer luxemburgischen Studenten-WG, das heute hier seine Wiederholung findet. Genau. Vielleicht führt das dazu, dass wir für alle Zeiten aus dem Club der besten Köche der Welt rausgeschmissen werden. Schau. Genau. In die Warhol könnte es nicht besser machen. Genau. So. Und sonst wollen wir keine Kommentare zu dem Bild abgeben. So, so. Jetzt brauche ich einen Schluck, das ist mein Glas hier. So. So. Und jetzt, was sehr wichtig ist... Haben wir genug Milch rein? Wir machen noch ein bisschen Milch rein. Ach, das wird schon gehen. Noch ein bisschen Milch. Noch, noch. Gib ja noch ein bisschen. Dann machen wir noch ein bisschen Mehl rein. Und ein bisschen Käse gleich noch. Ja, ich habe noch Käse. Stimmt. So. So. Wir brauchen aber den anderen für das Gratin nachher. Den Gratin. Der Gratin. Überbacken. Überbacken. Der andere ist leer. Ja, der andere ist leer. Und manchmal habe ich noch ein bisschen Parmesan dazu. Das ist auch herziger. Wenn ich Parmesan habe, habe ich hier noch Parmesan klein. Oh. Oh. Für die Péchamel ist auch der andere. Schaut. Schaut. Philippe Cordery schaut uns auch zu. Oh, Philippe. Salut. Philippe Cordery war Abgeordneter im französischen Parlament. Und dann war er lange Generalsekretär von den Jungsozialisten. Als ich Juso war. Ja, ich auch. War er Gründer. Er hat YES gegründet. Die Tamatsis des ECOSI. Ja, ja. Da war ich schon im Kongress. Ja, ja. Da war ein Gründungskongress. Ja. Haben wir wieder was gemacht, wo wir das gar nicht gewusst haben? Ich war dann später ECOSI-Präsident. Oh. Und Philippe. Man muss ja auch wissen. Hallo Philippe. Salut Philippe. Sa va? Philippe Sohn. Ja. Einer davon ist ja Koch und Patissier. Ah. Super. Ich war ja Lehrer an einer Hotelfachschule. Aber ich habe ja in Wien an der Wirtschaftsunnie auch Tourismus studiert. Und habe in der Luxemburger Hotelfachschule die Tourismussektion aufgebaut. Und da habe ich immer zugeschaltet, was die Köche gemacht hat. Meine Schüler waren ja auch teilweise in der Küche. Und wir hatten immer, das war das erste Essen. Wir mussten das ganze Essen, Mittagsessen mit den Schülern zusammen, was die zubereitet haben. Und das waren tolle Sachen. Daher vielleicht auch mal eine Liebe zu machen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Hotelfachschule gekocht mit den Jugendierenden dort. Um dann nachher einfach während dem Kochen auch über Europa zu plaudern. Ah toll. Weil ich finde ja, so wie wir heute beim Kochen und beim Essen auch besser, kann man super plaudern. Wann lernen wir das drüber, glaubst du? Bitte? Wann lernen wir das drüber? Noch einmal aufkochen. Ein bisschen aufkochen lassen. Und jetzt machen wir mal diesen Käse auf. Und Alexandra Marchelet, kennst du aus? Ja. Kenn ich auch. Ja, denn die ganze Fake-Community, zwar bitte hier gleich. Das macht mir Spaß. Ich schaue immer da in das Handy. Sorry. Ich bin ja eine Oma, wie man sagt, ohne Modem aufgewachsen. Deshalb, kennst du sie aus dir? Ich habe mein Diplomarbeit noch getippt. Du bist schon die Generation mit Computern. Ja, aber du hast nicht so lange studiert. Ja. Aber deshalb sage ich immer, ohne Modem aufgewachsen. Aber ich komme schon zurecht und ich versuche sogar jetzt im Europaparlament Paperless zu werden mit meinem iPad. Aber das ist gar nicht so einfach. Einfach nicht. So. So. Jetzt können wir loslegen mit der Soße. Haben wir sie? Ja. Behalte nur ein bisschen nachher für hier. So. Wunderbar. Zeig mal her. Gib mal ein bisschen auf die Banane und dann können wir... Da braucht nicht so viel. Okay. Banane ist so gut. So gut. Und dann gibst du den Rest darauf. Und noch was zur Banane? Ja, du kannst noch ein bisschen zur Banane geben. So. Wiesel. Man merkt... Ja, schau, es kommt wieder das Wienerische. Es kommt wieder. Oh. Ich fühle mich 40 Jahre jünger. Ja. Achso. Aufmerksamkeit. Dann hier... Käse. Du bist übrigens auch, weil die EFI Holzleif, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sicherlich. Die ist nämlich auch für die SPÖ im Nationalrat. Und in SPÖ-Frauenchefin. Mit einer jungen, engagierten, starke Frau als Frauenschefin. Das finde ich ganz super. Aber sie ist auch so wie wir beide in der Konferenz zur Zukunft Europas. Okay. Ah ja. Ich habe sie... Genau. Das ist ein Thema, das wir noch nicht angeschnitten haben. Vielleicht bevor wir... Wenn wir das dann ins Rohr nehmen. So. So. Das ist alles. Kannst du hier in die Spüle rein. Hopp. Die Wien sagt mehr Abwasch. Abwasch. So. Noch ein bisschen Käse. Ja, okay. Kommt, wir sehen uns heute großzügig. Tatsächlich Käse schon getauscht, können wir ja auch nicht drüber nehmen. Und wenn du jetzt noch richtig das gut haben willst, gibst du mir noch zwei Schnitte Butter, ein bisschen Butter. Ja. Warte mal, die André Eifbrenner, die ist ja schon sehr gespannt auf die Banane. Ja. So. Mehr noch? Ein paar Flocken. Ein paar Flocken so. 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 Und dann noch für die Banane. So. Mmh. Du wirst sehen, das wird super lecker werden. Mit der Banane, habe ich noch zwei Restzweifel. Okay. So. 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 Das müssen wir raus tun, oder? Nein, 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 nein. Es bleibt drinnen. Wir machen einen Stopp. Und dann... Kannst du rausziehen? 20 Minuten. Nein, nein, nein. Das schiebt so rein. Und die Banane. Die Banane daneben. So. So. Und 20 Minuten muss das... 20 Minuten. Oh Gott, das ist kompliziert. Warte. Diesen muss ich anmachen. Und dann hier die Hitze einstellen. Entschuldigung. So. Dann Start. Ich glaube, das läuft jetzt. Genau. Und dann eben nachher mache ich auch noch das Gretin auch. Und dann müssen wir noch einen Wein raussuchen. Ja. Ich habe einen österreichischen Rotwein. Du hast einen Pinot aus Luxemburg. Luxemburg, ja. Dann können wir mal halt auch so ein Alkoholbeton machen. Österreich-Lupfenburg. Wir sind ja ohne Auto hier in Brüssel. Also heute unterwegs. So. Und jetzt trinken wir noch ein Gläschen. Und drehen vielleicht, weil keine Angst. Wir werden jetzt nicht warten, bis das gerade fertig ist. Wir schicken euch dann noch ein Foto auf Facebook. Aber jetzt reden wir noch kurz über die Konferenz. Oder über die Zukunft Europas. Das ist gar nicht die Konferenz. Ja. Was ist deine Europavision? Weil jetzt habe ich mal gelernt, dein Leben war ja schon europäisch. Studiert in Wien. Aufgewachsen in Luxemburg. Jetzt Belgien. Verbindungen nach überall hin, wie man ja auch sieht, an den Zuschauern. Jetzt bist du im Europaparlament. Was ist dein Weg aus Soziales? Das hast du schon angesprochen. Für mich, ich bin ja auch von der Generation von Präsident Bitterrand. Und Präsident Bitterrand hat einen Satz gesagt. Der Nationalismus ist der Tod. Der Nationalismus ist der Tod. Das ist schlecht. Das ist Krieg. Und ich komme aus Luxemburg. Wir waren zwischen Deutschland und Frankreich. Meine Großeltern haben den Krieg mitgemacht. Mein Vater war im Krieg versteckt, damit er nicht in die Wehrmacht musste, als Luxemburg von den Nazis gesetzt war. Und diese Idee von dieser Wiedervereinigung, also diese Rekonsiliation, also wie hat man das? Frankreich und Deutschland, die sich versöhnt hat. Die Versöhnung. Die Versöhnung. Diese Versöhnung und dann dieser Gedanke, wir arbeiten jetzt zusammen. Das Europa als Friedensprojekt, das ist bei vielen Jungen nicht mehr da. Aber das ist bei mir noch sehr präsent, weil ich diese ganzen Kriegsgeschichten von meinen Großeltern und Eltern mitbekommen habe. Und weil ich weiß, wir waren da mittendrin zwischen Frankreich und Deutschland, die 1870 Krieg hatten, 1914. 1940, also dieses Friedensprojekt ist für mich wichtig. Und dann ist es für mich wichtig, als kleines Land, wir waren immer eine offene Wirtschaft. Wir exportieren, wir profitieren, als kleines Land profitiert man von diesem riesigen Binnenmarkt. Aber Europa ist nicht nur der Binnenmarkt. Ich will ein Europa, das sich nicht nur um das wirtschaftliche Binnenmarkt kümmert, sondern auch um die Menschen, die in diesem Binnenmarkt arbeiten, schwitzen, wenn sie arbeiten, hart arbeiten. Dass es auch um die Menschen geht. Das soziale Europa liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, Covid-19, das einzige vielleicht positive bei Covid-19 ist, dass bei vielen das Bewusstsein aufgekommen ist, wir brauchen mehr soziales Europa. Und übrigens, vor einem Jahr, genau vor einem Jahr gab es eine Eurobarometer-Umfrage. Da haben 88 Prozent der Europäerinnen und Europäer gesagt, die wollen mehr soziales Europa, die wollen mehr soziale Sicherheit, die wollen sichere Arbeitsplätze. All diese Probleme sind jetzt und Gesundheitswesen auch wichtig. Und in einer globalisierten Welt sind sogar die großen Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich in 20, 30, 40 Jahren auch winzig. Und es ist eigentlich nur zusammen, wo wir stark sein können. Und ich finde die Idee Europas immer noch eine gute Idee, um sich zurückzuziehen in Nationalismen. Das haben wir gesehen, das hat nicht viel gebracht. Und zusammen sind wir stark. Und wir sollen diese Stärke ausnutzen, um in dieser Welt von heute Normen setzen zu können. Wenn ich sehe, was wir in Datenschutznormen gesetzt haben mit dem GDPR. Normen wird dir gesehen. Jetzt mit dem Digital Service Act und dem Digital Market Act wollen wir auch ein bisschen Regeln schaffen, damit diese großen Online-Konzerne nicht mit uns herumspielen und machen können, was sie wollen. Und da müssen wir jetzt diese Chance nützen, unsere Stärke, wo wir jetzt noch so wirtschaftlich stark sind, um diese Normen zu setzen. Und deshalb finde ich Europa ein tolles Projekt. Und ich finde es einfach toll, die vielen Sprachen, diese Diversität, die Kulturen, die Sprachen. Also das ist toll. Du bist ja mit jeder Phase ein gründer Europäer, oder? Ja. Ich habe dir ein Geschenk auch mitgebracht. Ich habe eine Tasche heute schon bekommen von Marc. Die zeigen wir auch noch dann her. Und ich habe darauf geschrieben, sozial und demokratisch schmeckt es besser. Und damit meine ich natürlich auch eine echte Lebensqualität. Da geht es nur, wenn wir in einer sozialen Gesellschaft leben und auch in einer demokratischen. Sonst macht das Leben keinen Spaß und sind die Wolken zu grau. Und das ist glaube ich auch, dass du überhaupt gesagt hast, das Spring Break ist ja nicht so wichtig. Jetzt sage ich die Tasche, die ich dir geschenkt habe. United in Diversity. Siehst du. Und das grüne Herz ist für mich der Green Deal. Das ist ja wichtig. Die Zukunft. Hier Europa natürlich. Das rote Herz, ein Green Deal. Muss ein rotes Herz haben. Weil wir können keine Umweltpolitik machen, wenn die nicht sozial begleitet wird. Und dann hier die Regenbogen, das Regenbogenherz. Ich bin ja selber schwul und aber ich bin im Europaparlament auch. Ja, du bist ja auch von der. Ja, Co-Vorsitzender von der LGBT Inter-Gruppe. Das ist eine Gruppe von 156 Mitgliedern vom Europaparlament, die natürlich so viel Schwule und Lesben haben wir da gar nicht. Aber das sind Alliierte. Genau. Du bist dabei. Aber er ist ein Alliierter. Nein, er ist ein Alliierter. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Inter-Gruppe so viele Kolleginnen und Kollegen haben, die Alliierte sind, die mit uns kämpfen, die mit für die LGBTI-Rechte kämpfen. Das ist wichtig. Und darüber hinaus auch Frauenrechte. Genau. Menschenrechte. Weil LGBTI-Rechte, Frauenrechte sind Menschenrechte und die sind unter Druck geraten. Und oft ist es ein Schema, man sieht zuerst werden die LGBTI-Community angegriffen und dann geht es an die Frauenrechte. Man braucht nur nach Polen zu schauen. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, die generelle Pressefreiheit, die Demokratie. Genau. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, diese Diversität zu feiern. Das ist was ganz Tolles. Und das macht uns so reich. Und wem das jetzt sehr gefallen hat, die Erklärung. Der kann mich anschreiben. Der kann schreiben und dann gibt es den Sack zugeschickt. Von Marc Angel. Okay. So, und jetzt Marc, jetzt warten wir noch, bis das fertig wird. Ich danke dir herzlich. Gerne. Schönen Abend noch. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch mal, wer sich jetzt fragt. Wir warten später. Das ist Marc Angel. Ja, Marc mit C und Angel wie Angel. Ja, Angel. Aber darf ich für die österreichischen Kollegen und Freunde zwei Sätze auf Luxemburgisch sagen? Ja, sicher. Ja, sicher. Also, es ist ganz schlimm, dass Andy Lenovo in Beimer war, für zu kacheln. Es war ein immens Flux für den Andy zusammen zu kacheln. Wir haben schon ein gutes Fleisch Lütze bei Cremant getrunken. An Louis de Marchique en Gratiné. Und was so schön war heute, dass du mit deinem Wienerisch, das erinnert mich an meine Studentenzeit und ich werde bald wieder ins schöne Wien kommen. Ja. Und ich möchte eine Freundin von mir grüßen. Das ist die Penny. Die Penny Bayer. Die Penny Bayer. Die Penny Bayer ist sehr engagiert. Die kenne ich schon lange. Mit ihr habe ich sehr viel zusammengearbeitet. Wenn jemand die Penny kennt, sagt ihr, dass ich sie grüße und dass ich ihre Arbeit schätze und sie liebe. Alles Gute. Tschüss. 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 Amn plugs?? Tschüss. delicate F Также. Supps После internally tasty است AfD, alle released hints Sch순 manager ist unser Gehäß. 가 inbuilt Inhal creature.